Qarun war ein Unheilsstifter und er gab das Geld nicht an arme, liebe Geschwister. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so ging er eines Tages mit seiner ganzen Pracht heraus. Wer Qarun? Das heißt, er hat sich die schönsten Kleider angezogen und hat sich hergerichtet. Und dann sahen ihn die Menschen in dieser Pracht. Jetzt schau, subhanallah, der Qarun damals ist heute immer noch vorhanden. Und ich möchte diese Wörter an unsere Jugendlichen richten, die auf diejenigen schauen, die Schauspieler sind und Sänger sind und Rapper sind, was sie an Vermögen haben, schaut. Allah sagt, er kam heraus mit seiner ganzen Pracht, er kam mit seinen schönsten Klamotten heraus zu den Leuten. Und diejenigen, die nach der Dunia gestrebt haben, sagt Allah azawajal, sagten, hätten wir nur so viel wie Qarun. Er hat großes Glück. Und diese Wörter hören wir. Könnte ich doch nur so ein Leben leben wie Dieter Bolin. Möchtest du so ein Leben leben? Dann höre weiter zu. Allah sagt, die aber denen das Wissen um die Wahrheit zuteil geworden war, sagten, wehe euch zu denjenigen, die die Dunia lieben, wehe euch. Allahs Belohnung ist die beste für den wahren Gläubigen, der gute Taten verrichtet und nur die Geduldigen erlangen sie. Höre jetzt, wer recht hatte, diejenigen, die so sein wollten wie Qarun und seinen Stand haben wollten oder diejenigen, die gläubig waren. Dann ließen wir ihn von der Erde verschlingen und auch sein Haus, sein Besitz. Und er hatte keine Gruppe, die ihm gegen Allah helfen konnte, noch konnte er sich selbst drehen. Nochmal, nochmal, Abu Barah. Wie hat Allah azawajal ihn vernichtet? Allah hat die Erde geöffnet und ihn mit der Erde verschlingen lassen. Die Erde hat ihn aufgesorgt und er ist gefallen und gefallen und nur Allah weiß, wie tief. In einer Überlieferung bei Al-Bukhari lesen wir, dass eine Person, der stolz unter den Menschen, der stolz auf dem Weg, auf der Straße herumstolziert. Und er schleift sein Gewand hinter sich. So öffnet Allah diese Erde mit ihm. Und er, wie der Prophet s.a.w. sagt, Subhanallah, Allah azawajal sagt, diejenigen dann, höre zu, nachdem sie die Strafe von Qarun gesehen haben, diejenigen, die sich zuvor, das heißt den Tag zuvor, an seine Stelle gewünscht hätten, sagten, Oh ja, es ist doch Allah, der dem seiner Diener, dem er will, aus seiner Gabe heraus viel oder wenig gibt. Hätte Allah uns nicht seine Huld erwiesen, hätte er auch uns von der Erde verschlingen lassen. Die Ungläubigen haben keinen Erfolg. Wer sagte das? Diejenigen, die sagen, ich möchte so sein wie der Rapper. Diejenigen, die sagen, ich möchte so sein wie der Sänger. Diejenigen, die sagen, ich möchte so sein wie der Fußballspieler. Fußballspieler sonst.